Wenn die Grenzen von Präzision und Dynamik durch die Materialien bestimmt werden, sticht ein Material durch extreme Belastbarkeit und minimales Gewicht für maximale Dynamik heraus. CFK, Kohlefaser Verbundwerkstoffe. Doch aufgrund seiner spezifischen Zusammensetzung galt Carbonfaser lange für den modernen Präzisionsmaschinenbau als Herausforderung. Bis heute. Die Herausforderung bei CFK ist die Präzision zu erreichen. Wir bei Bush Microsystems haben aber die Möglichkeit, CFK genauso eben zu bearbeiten wie Granit und das finden sie nur bei uns. Es ergibt sich eine Gewichtsersparnis von ca. 70% gegenüber Stahl und von ca. 40% gegenüber Granit. Das macht Kohlefaserverbundwerkstoffe zum idealen Werkstoff für unsere hochpräzisen Positioniersysteme. Das Ergebnis ist eine neue Dimension von Präzision und Dynamik, in der Geschwindigkeiten von bis zu zwei Metern pro Sekunde möglich sind und Beschleunigungen von 50 Metern pro Sekunde Quadrat. Technologiesprünge wie dieser sind es, mit denen wir die Positioniersysteme unserer Kunden in die Zukunft führen. Die Bush Microsystems CFK Hybridsysteme. Willkommen in einer neuen Dimension. Denn Präzision ist erst der Anfang und wir sind Präzision. Bush Microsystems seit 1999.